hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft okay ich wollte gerade losgehen aber ich sehe gerade es ist schon fast dunkel wir gehen jetzt einfach mal schlafen dann wollen wir mal gucken ob unsere öfen fertig gebrannt haben fast wir holen schon mal die ersten steine raus hier sind noch nicht ganz so viele drin so was können wir denn einmal volle steine wir haben zweimal volle steine dreimal ja gut kommen halbe dahin dann halbieren wir das noch mal zack zack sehr schön da haben auch schon drei stacks wieder voll da können wir schon weiter unsere wer gängen bauen dieser punkt darum da geht man auf den keks wir müssen hier auf jeden fall auch noch ein bisschen weiter rein so wir machen erst mal diese seite hier fertig ist diese reihe werden wir machen zack 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 wird ja ja das wollen wir mal nicht so und zack 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 das wollen wir nicht hier mal hoch aber das was wir auf jeden fall noch machen ist das hier und zack so gut das müsst ihr euch noch weg denken ja so wir wollten das eine runterlassen genau damit erstens text schon verbraucht so schön wenn wir hier schon gleich den boden legen da ist das nächste weg so das passt das sieht doch können wir die wand noch hier weiter ziehen dann haben wir das auch erledigt sehr schön haben wir das so angeben auf andere seite ich glaube wir müssen die seite noch ab ich glaube die muss noch weg oder genau das muss noch weg das machen wir jetzt noch mal schnell weg da machen wir schon mal den boden 1 muss also noch runter wahrscheinlich ist hier auch weg so und moment so leute wir machen erst mal eine nummer runter hier glaube ich dann werden wir in der nächsten folge mal wieder ein zwei folgen in der höhle verbringen dass wir ein bisschen was sammeln werden mal wieder ein bisschen erze und jede menge kohle wir verbraten echt ganz viel zack neues rezept ok so und weiter geht's zack zack das passt ja von der breite es konnte noch eine von der außenseite da würde die fast reichen wenn wir die doch nur jetzt haben wir da auch schon so weit gemacht ach komm wir machen die fünf das war schon wieder mit stein ja das war schon wieder mit stein dann können wir hier noch mal ein paar stein abbauen alles weg was wir hier so schnell finden so und weg damit haben wir die wehrgänge schon wieder ein teil weiter gemacht ein teil fertig das war noch nicht so megamäßig viel fertig das machen wir natürlich auch in der wand dann werden wir die wand auch noch mal ein bisschen weiter ziehen so zack so und jetzt werden wir die erde noch weg machen zack zack alles weg hier so zack zack fliegen machen wir auch mal weg so machen wir die steine hier vorne auch noch So. Okay. Hier kommen wir ja mitten in den Turm rein. Och Mann. Da kommen wir ja mitten in den Turm rein. Aber hier ziehen wir ja auch noch. Eee, 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 eee. Ich glaube, wir werden den noch mal ein kleines bisschen versetzen, den Turm. Wir werden den so weit versetzen. Ach Mann. Können wir schon mal ein bisschen abbauen wieder. Aber Leute, ihr seht es, ich mache nichts nach Planen. Schon so ein bisschen habe ich mir ja was vorgenommen. Aber, man kann es nicht hundertprozentig berechnen, wie alles passiert. So, und deswegen das nochmal weg. Dann machen wir halt den Turm weiter noch nach außen. Und passt das auch mit dem Abstand unten wahrscheinlich besser. Mehr hier. Zack. Noch ein. Dann können wir den eigentlich hier stehen lassen. Genau, der auch noch. Dann können wir uns fast schon mal noch ein bisschen nach da graben. Zack. So, dann muss das hier auch wieder weg. Dann gucken wir gleich mal von unten. Und das müsste ja jetzt dann hier Eingang werden. Oder sollen wir noch einen? Wir gucken einfach mal von unten. Aber es wird ja schon wieder dunkel. So, okay. Das sieht man jetzt auch nicht wirklich. Gut, da würde der Turm beginnen. Ich glaube, wir gehen nochmal ein nach links weiter. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ein nach links. Ja, ja. Aber Leute, wir gehen nochmal kurz schlafen. Dann gucken wir mal, ob die irrestlichen Steine sind auch schon fertig. Einmal schlafen. Ach man, da darf man den Turm nochmal aufbauen. Zack. 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 Hopp, zack. Zack. Hopp, zack. So, haben wir noch Bruchstein? Na klar. Da noch was rein. Da kommt was rein. Da kommt was rein. So, Steine haben wir hier. 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 Okay. Zack. Hopp, zack. Normal. Sehr schön. Dann haben wir wieder zweieinhalb Stacks. So fast drei Stacks schon. Ja. Ja, komm, dann bauen wir das nochmal ein Stückchen nochmal weiter weg. Dann passt das auch hier von den Maasen ein bisschen besser, finde ich. Hier werden wir auch mal bald eine richtige Leiter bauen, dann kommt das auch weg. Dann wird ab hier der Turm gemacht. Hier auch noch einen weg. So, dann brauchen wir eine Schaufel. So, dann können wir uns das mal ein bisschen hier so reingrauben. Zack, 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 zack. So, dann können wir hier eigentlich schon mal die Steine legen. Das ist das Leben vom Turm. Gehen wir nochmal schnell zu den anderen gucken. Der müsste eigentlich drei gewesen sein. Dreimal drei. Oder der Turm. Dreimal drei. Sehr schön. Dreimal drei. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. So, und graben. dann wird der vielleicht ein bisschen sogar höher der tor mir so haben wir dann können wir hierhin passt das jetzt ja das passt das passt hier aber mal zu machen jetzt noch mal kurz ein bisschen den tor wieder hochziehen schnell zack dann sind wir schon in einer alten form so der muss auf jeden fall noch viel jetzt gucken wir noch mal von außen kurz ja das gefällt mir auf jeden fall das ist zwar immer noch nicht ganz er müsste vielleicht noch ein kleines stückchen aber naja das ist egal hinten kommt auch noch mal ein turm hin das passt leute so dann haben wir mal ein bisschen was geschafft würde ich sagen liebe leute und wenn es euch gefallen hat dann wisst ihr dann schaltet ihr zu der nächsten folge ein zu let's play mycraft und ich würde mich freuen wenn ihr auch wieder dahin einschalten werdet also soll ich euch bis dahin auf wiedersehen und tschüss bis zum nächsten mal b